Das Andreaswerk ist der größte Träger der Behindertenhilfe im Landkreis Vechta. Durch unsere Einrichtungen und Dienste fördern und betreuen wir über 1.500 Menschen mit Beeinträchtigung jeden Alters und unterstützen sie so ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft wahrzunehmen. Dabei kannst du uns helfen. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes an einem unserer Standorte zwischen Fisbeck und Damme. Vor meinem FSJ war ich auch schon hier. Also ich habe mir das hier schon mal alles angeguckt und ob ich das dann halt auch wirklich ein Jahr machen möchte. Und da hat man das dann ja alles schon gesehen und ich habe es mir ehrlich gesagt auch so direkt wusste ich, was ich machen muss. Ja, also da ich noch nicht wusste genau, was ich nach meinem Abitur oder nach meiner Schulzeit machen wollte, habe ich mir erst mal überlegt, dass ich ein FSJ mache im Soziales Jahr, um erstmal zu testen, was mich so interessiert, ob das überhaupt was ist mit den Kindern zu spielen. Ich denke, dass sie hier in allen Aufgaben wachsen. Es ist vom Selbstbewusstsein, es ist von der Arbeitsmoral, wie gehe ich mit Kindern um, wie gehe ich mit einem Team um, wie gehe ich mit anderen Kollegen um. Ich glaube, dass es in Vielfalt ist hier einfach, ich glaube, an sich wachsen ist hier ein ganz großer Punkt und auch mal über sich hinaus wachsen. Ich habe mich beim BDKJ beworben und ja, die haben dann verschiedene Einrichtungen rausgesucht, die passen würden und ja, dann habe ich mich für diese Schule hier entschieden. Ich wollte eigentlich in einen anderen Bereich gehen später, aber durch die Arbeit hier bin ich sehr am Überlegen, ob ich das nicht doch mache, mit Menschen zu arbeiten. Also wir haben mit unseren FSJlern immer sehr viel Glück, also mit denen kommt man gut klar, kann man Späße machen, kann sich gut hinterhalten, doch alles super. Also ich weiß überhaupt noch nicht, was ich machen will und deswegen bin ich eigentlich auch hier nochmal so zum Orientieren. Und vorher, bevor ich hierher gekommen bin, hätte ich auch gesagt, das ist so ein sozialer Bereich, dass ich da gar nicht reinpasse. Aber jetzt mittlerweile denke ich eigentlich schon, dass das sowas für mich wäre. Einfach so die Arbeit mit Menschen und der Sport, so die Verbindung macht mir eigentlich echt viel Spaß. Egal was von Beruf zweigt sie nachher wählen. Also ich habe noch keinen erlebt, der anschließend gesagt hat, das war ein verlorenes Jahr. Die meisten sagen, ich habe hier ganz viel gewonnen. Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, Spaß am Umgang mit Menschen hast, dich sozial engagieren möchtest und wertvolle Erfahrungen für dein gesamtes Leben sammeln möchtest, dann melde dich bei uns. Bewirb dich jetzt! www.andreaswerk.de www.andreaswerk.de www.atmos кабels �атьсяverkund.de www.andreaswerk.de www.atmosding.de www.atmosding.de